Musik Mein Name ist Hans-Dieter Husch, ich bin Werkleiter in einem Pizzastandort bei Dr. Oetker. Ich habe als junger Ingenieur im Unternehmen begonnen, habe dann einige Jahre als Ingenieur gearbeitet, habe mich dann weiterentwickelt zum Produktionsleiter und nun seit einigen Jahren darf ich das Werk als Werksleiter verantworten. Besonders mag ich an meinem Job die Zusammenarbeit mit vielen, vielen Menschen, die anspruchsvolle Technik, die wir einsetzen und immer wieder neue Herausforderungen zu bearbeiten. Wir produzieren hier in Wittlich täglich ca. 1,5 Millionen Pizzen. Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin, die die Produktion betritt, muss entsprechende Arbeitskleidung tragen. Wir haben Arbeitsschuhe, wir haben Oberbekleidung, wir müssen Haarnetz tragen und sollte ein Badträger dabei sein, muss auch der einen Badschutz tragen. Vor Eintritt in die Produktion, muss an bestimmten Hygieneschleusen, müssen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Hände waschen und desinfizieren. Auch wenn wir sehr viele Varianten an Pizzasorten haben, werde ich immer noch schwach bei Restaurante Salami. Vor Eintritt im chapter 1 Vielen Dank.